In diesem Jahr treten einige Änderungen für Menschen mit Schwerbehinderung in Kraft, unter anderem beim Betreuungsrecht, beim Pflegegeld oder bei der Teilhabe am Arbeitsleben. Wir klären darüber auf. Ich bin Dr. Otz Anhalt, Sozialrechtsexperte hier bei Gegenharz. Berufliche Betreuung wird seit Januar 2024 als Inflationsausgleich mit 7,50 Euro finanziert. Diese zahlt die betreute Person selbst, wenn sie über eigenes Vermögen verfügt. Ansonsten bezahlt das der Staat und ehrenamtliche Betreuung wird mit zusätzlich 24 Euro vergütet. Seit Januar gelten neue Regeln für die Grundsicherung im Alter, für die Erwerbsminderung und für die Unterstützung des Lebensunterhaltes nach dem 12. Buch des Sozialgesetzes. Der zusätzliche Bedarf für das gemeinsam eingenommene Mittagessen wird jetzt pro Person und pro Essen auf 4,13 Euro erhöht. Und damit einher geht dann auch ein Zuschlag auf die Zahlung für Warmwasser. Die Leistungen für den notwendigen Schulbedarf wurden erhöht. Sie liegen jetzt bei 135 Euro für das erste Halbjahr und bei 65 Euro für das zweite Halbjahr. Volljährige Bewohner von Einrichtungen erhalten jetzt mindestens 152 Euro und 1 Cent pro Monat. Die vorherigen Aufwandsentschädigungen werden jetzt durch Aufwandspauschalen ersetzt und gleichzeitig vereinfacht. Eine Änderung ist zum Beispiel, dass Überbrückungsgelder nach dem Strafvollzugsgesetz jetzt nicht mehr als Einkommen angerechnet werden. Kinderkrankengeld wird jetzt bis zu 15 Tagen ausgezahlt. Neu ist auch, dass Eltern, deren Kinder in stationärer Behandlung sind, für diese Zeit ein Krankengeld beanspruchen können. Bei Kindern unter 9 Jahren gilt das immer. Bei Kindern unter 12 Jahren gilt das, wenn das Kind wegen einer Behinderung eine Begleitperson braucht und diese für die medizinische Hilfe nötig ist. Wer Angehörige pflegt und an einer von der Krankenkasse finanzierten Rehabilitationsmaßnahme teilnimmt, der hat jetzt einen Anspruch darauf, die zu pflegende Person in die Reha mitzunehmen und dort verpflegen zu lassen. Besteht dieser Anspruch nicht, zum Beispiel, weil nicht die Krankenkasse, sondern die Rentenversicherung den Aufenthalt in der Rehabilitationsmaßnahme finanziert, dann besteht immer noch ein Anspruch auf ergänzende Leistungen zur Mitnahme und Versorgung der zu pflegenden Person während des Aufenthalts. Dauerbetreuung und Dauerpflegschaften werden ab Januar 2024 mit höheren Gerichtsgebühren belegt. Diese liegen jetzt bei mindestens 230, statt zuvor 200 Euro. Der Vermögensfreibetrag wurde im Januar 2024 erhöht und liegt jetzt bei 63.630 Euro. Was sich auch geändert hat, ein Kraftfahrzeug wird jetzt nicht mehr als Vermögen gerechnet. Die Jahresgebühr bei Dauerpflegschaften und Dauerbetreuung liegt nicht mehr wie zuvor bei 10 Euro, sondern bei 11,50 Euro pro 5000 Euro angerechneten Vermögen. Seit 2024 kann sich Kurzzeitpflege auch als Verhinderungspflege anrechnen lassen. Das gilt aber nur bei einem Pflegegrad von 4 oder 5 und unter dem 25. Lebensjahr. Ab 2025 wird das dann ausgedehnt und gilt dann auch für Pflegestufe 2. Was jetzt endlich rechtlich geklärt wurde, ist, das Pflegeunterstützungsgeld kann jedes Jahr neu beansprucht werden, und zwar für jede zu pflegende Person und nicht nur einmalig. In 2024 erhöhen sich die Pflegesachleistungen und auch die Pflegegelder. Erhöht werden auch die Zuschüsse für die Kosten für Menschen in Pflegeheimen. Arbeitgeber müssen jetzt eine Abgabe leisten, wenn sie Pflichtarbeitsplätze nicht besetzen. Nur die Anrechnung auf drei Pflichtarbeitsplätze liegt jetzt noch im Ermessen der Bundesagentur für Arbeit. Neu ist auch eine Genehmigungsfunktion. Das heißt, wenn das Integrationsamt über einen Antrag nicht innerhalb von sechs Wochen entscheidet, dann gilt dieser als genehmigt. Jugendliche können in ihrer Ausbildung auch dann gefördert werden, wenn sie keine Behinderung aufweisen, aber Leistungen aus dem Ausgleichsfonds beziehen. Liebe Freunde, ich hoffe, diese Informationen haben euch geholfen. Abonniert unseren Kanal, dann bleibt ihr auch weiter auf dem Laufenden. Ich freue mich auf euch. Euer Uts Anhalt Abonniert unseren Kanal